Im vorigen Modul haben wir uns ja auseinandergesetzt mit Systemlösungen für die Industrie, jetzt geht es tatsächlich um technologische Zugänge. Wir befinden uns nach wie vor im Bereich unserer vier Technologiefamilien, Elektrifizierung und Energieeffizienz, erneuerbare Gase, Carbon Capture and Usage und Kreislaufwirtschaft und wir gehen die jetzt nicht systemisch an, sondern eben technologisch. Beginnen wir mit dem Thema Elektrifizierung und Energieeffizienz. Ich habe Ihnen das Thema der Wärmepumpen mitgebracht. Industriewärmepumpen sind sicher ein Kernelement, wenn es darum geht, die Energieeffizienz von Niedertemperaturprozessen in der Industrie maßgeblich zu erhöhen. Und das Ganze funktioniert im Wesentlichen nach einem Grundsatz, der sich Exergieoptimierung eben nennt. Sie müssen sich vorstellen, in der Industrie, wir haben das eh im Modul der Systemlösungen bereits gehabt, da gibt es Abwärmen in großer Energiemenge. Und diese Abwärmen, die liegen auf Temperaturen, die sind immer eignen für ihre direkte Nutzung in der Industrie. Sie müssen sich vorstellen, das ist irgendwo im Bereich zwischen 50 oder zwischen 25 und 50 Grad. Irgendwie so in der Größenordnung. Es gibt natürlich auch andere Temperaturkategorien, aber wenn man sich so das eben vorstellt, 25 bis 50 Grad, dann ist das zu wenig, um eben Industriewärme zu haben, beispielsweise für einen Kochprozess, beispielsweise für einen Reinigungsprozess. Dazu braucht man in der Regel sogenannten Prozessdampf. Und jetzt muss man sich eine Frage stellen, wie man das eben schafft, diese niedertermale Abwärme auf die Temperatur des Prozessdampfs zu bringen. Und das tut man über die Zufuhr von sogenannter Exergie. Exergie ist ein Konzept, das kommt von Guaran Rand, ist ungefähr 50 Jahre alt oder so. Und was sagt die Exergie aus? Das ist jene Arbeitsfähigkeit, die ich aufbringen muss, um beispielsweise diese Abwärme auf die Temperatur des benötigten Industriedampf, Prozessdampf zu bringen. Und wie kann man diese Arbeitsfähigkeit aufbringen über elektrische Energie? Und welche Technologie ist da maßgeblich? Ja genau, die Wärmepumpe. So. Wie funktioniert das Ganze? Sie müssen sich vorstellen, Sie haben diese Niedertemperaturabwärme irgendwo vorliegend, beispielsweise gebunden in einem Abwasserstrom oder so. Und jetzt verwende ich diese niedertermale Abwärme, um in der Wärmepumpe ein Kältemittel zu verdampfen. Jetzt wird dieses Kältemittel übergeführt vom flüssigen Zustand in den dampffürmigen Zustand. Und jetzt habe ich das in der Gasphase vorliegende Kältemittel. Ich bringe es dann mit einem Verdichter auf ein höheres Temperaturniveau. Das ist ein bisschen der Effekt, den man von der Fahrradpumpe eben kennt, wenn man Luft eben verdichtet, dann steigt die Temperatur. Und genau diesen Effekt, den hat man da auch. Man hat dieses Kältemittel, das zuvor verdampft worden ist, dann auf ein höheres Temperaturniveau gebracht. Beispielsweise auf das Temperaturniveau des Prozessdampfs, den ich eben brauche. So. Wie kriege ich die Wärme wieder raus? Indem, dass sich dieses Kältemittel eben dann kondensiere und wieder entspanne. So. Und das ist dieser Wärmepumpenprozess, ein sogenannt links laufender thermodynamischer Kreisprozess, der eben aus diesen vier Schritten eben passiert. Und die Energiemenge, die ich einsetzen muss, um Temperatur vom niedrigen Temperaturniveau auf das hohe Temperaturniveau eben zu heben. Das ist eben diese Exergie, von der ich vorher eben gesprochen habe. In der Regel verwende ich dazu elektrische Energie, sprich Elektrifizierung. Ich kann das Ganze aber auch machen mit thermischer Energie, die genau diesen benötigten Exergieanteil haben muss, damit das halt funktioniert. Das sind dann sogenannte Absorptions- oder Adsorptionswärmepumpen. Wichtiger sind aber die Wärmepumpen, die ich sozusagen da zunächst erklärt habe, die sogenannten Kompressionswärmepumpen. Wie weit ist die Technologie in der Industrie heute? Die ist eben so weit, dass man Temperaturen von circa 120, 130 Grad eben erreichen kann. Und das ist schon sehr gut ausreichend für sehr, sehr viele Prozessdampfanwendungen. Kommen wir ganz kurz zum Wirkungsgrad der Wärmepumpe. Der ist COB oder der wird COB genannt, Coefficient of Performance. Was ist der Wirkungsgrad immer? Der ist ja immer Nutzen durch Aufwand. Was ist der Nutzen? Ja, das ist die thermische Energie, die man eben verwendet oder die man eben dann hat, beispielsweise zur Prozesswärmeerzeugung. Aufwand ist die elektrische Energiemenge beziehungsweise Leistung, die es eben benötigt eben dafür. Und wo liegen jetzt solche COPs von Industrieprozessen oder von Industriewärmepumpen? So muss ich sagen, die liegen im Bereich von zwei bis drei. Sprich, man kann zwei bis drei Mal so viel thermische Leistung beziehen, als wie man elektrische Leistung hineinsteckt. Und das ist natürlich ein Vorteil. Heute habe ich beispielsweise eine Gasverbrennung, die mit fossilen Erdgas funktioniert und die hat einen Wirkungsgrad von circa 95 Prozent oder zum Teil 100 Prozent, hängt davon ab, ob es ein Brennwertgerät ist oder eben nicht. Ja, und da wird genau so viel Wärme eben herausgeholt, wie Brennstofffeuerungswärmeleistung hineingesteckt wird. Und jetzt bei der Wärmepumpe ist es eben so, dass ich zwei bis drei Mal so viel Wärmeleistung rauskriege, als wie elektrische Leistung eben reinstecke. Und das, das ist natürlich ein Vorteil. Aber auch hier wiederum muss man schauen, was heißt das Ganze systemisch. Der Strom, der muss ja eben auch erzeugt werden. Besonders großen Sinn macht es natürlich, wenn dieser Wärmepumpenprozess mit Strom aus erneuerbaren Energieträgern eben versorgt wird. Vielleicht noch ganz kurz zur Theorie. Der COP, der theoretische COP, der ist nichts anderes als wieder umgekehrte KNO-Faktor. Sie sehen das an der Formel da. Der reale COP ist der theoretische COP multipliziert mit einem Gütegrad. Und dieser Gütegrad, der sagt, wie gut dieses technologische System eben dem theoretischen System entspricht. Typische Gütegrade, wie Sie es da sehen, circa 55 Prozent. Irgendwie so. In der Größenordnung. Wir sehen uns beim nächsten Mal.